So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen, wie ihr den Titel wahrscheinlich schon entnehmen konntet. Geht es heute um Chili-Pflanzen, beziehungsweise im Spezielleren Chili-Pflanzen als Zimmerpflanze, Schrägstrich Hauspflanze. Was man zu beachten hat, was man richtig machen kann, was man falsch machen kann. Dann, vielleicht nochmal kurz als Vorwort, ich hatte einmal schon mal das Vergnügen, eine Chili-Pflanze, eine Cayenne-Chili-Pflanze zu Hause als Zimmerpflanze großzuziehen. Das hat auch tatsächlich ganz gut geklappt. Irgendwann ist sie dann eingegangen, das muss ich auch zugeben, also irgendwann aufgrund einer falschen Behandlung, ja, dann leider getötet worden von mir. Das Ganze möchte ich natürlich diesmal besser machen und noch besser schaffen und habe mir jetzt gestern diese schöne neue Pflanze, gut, dass es nicht macht, genau. Diese Tapas-Chili-Pflanze beim Baumarkt gekauft, Padron, nennt sich das, ist leicht scharf bis mittelscharf. Bin einfach mal sehr gespannt drauf, ob das Ganze natürlich auch funktioniert. Ich hoffe es natürlich, ich habe da ja sehr große Hoffnungen. Und habe mich jetzt in den letzten Tagen auch einfach informiert, was man da mit am besten macht. Und wollte euch natürlich, falls ihr euch überlegt, auch eine Chili-Pflanze als Zimmerpflanze zu halten, weil ihr einfach auch, so wie ich, nicht die Möglichkeit habt, das draußen zu machen, sondern nur die Möglichkeit habt, eines hellen Fensters oder eines hellen Raumes, wollte ich einfach mit auf den Weg geben, was dann einfach wichtig ist, was ihr zu beachten habt. Und ja, dann legen wir doch gleich mal los und fangen mit dem ersten wichtigen Thema an. Wir kennen es alle, wenn es um Pflanzen geht, der Standort. Das heißt, wie viel Sonne brauche ich, wie hell muss es sein. Und da geht natürlich bei der Chili-Pflanze, je heller, umso besser, je mehr Sonnenstunden, umso besser, weil diese Pflanze ja eigentlich eher für den Gebrauch draußen da ist. Deswegen müssen wir natürlich das drinnen so gut wie möglich simulieren. Und da braucht die Pflanze einfach so viel Licht wie möglich. Das heißt, am besten nehmt ihr das Fenster, wo am meisten Helligkeit einfach reinkommt, Südfenster vielleicht optimal, vor allem im Winter natürlich. Also im Winter muss man da wirklich ganz, ganz stark aufpassen, dass ihr genug Licht abbekommt. Falls ihr aber nicht die Möglichkeit habt, eines Südfensters oder eines Ost- und Westfensters, was auch noch relativ okay ist, solange es richtig hell ist, sondern ihr habt das große Glück, dass ihr irgendwie nur ein Nordfenster habt, dann könnt ihr natürlich auch nachhelfen mit einer sogenannten Pflanzenlampe. Ja, die hat einen gewissen Kelvin-Wert, der für Pflanzen relativ gut ist. Kann man dann, je nachdem, welche Fassung man dann hat, einfach in eine ganz normale Schreibtischlampe oder so reindrehen. Je nachdem, welche Fassung ihr da habt, E14 oder E27. Ich verlinke es euch mal unten. Bei Amazon kann man die kaufen und dann könnt ihr diese Lampe dann natürlich, vielleicht auch in den Wintermonaten, aber auch wenn ihr sonst einfach nicht so viel Lichteinfall habt, mindestens ein paar Stunden mit gutem Licht versorgen und könnt so halt, ja, quasi simulieren, dass das Sonnenlicht oder das Tageslicht etwas simulieren. Zweites, ganz, ganz wichtiges Thema, wie immer bei Pflanzen, wie gieße ich, was brauche ich für einen Gießintervall, wie muss ich da agieren? Und da ist bei der Chili-Pflanze eigentlich sehr wichtig, dass, ja, immer eine gewisse Feuchte am Torf, beziehungsweise Erdball herrscht. Das heißt, die Pflanze mag es, wenn sie eigentlich ständig befeuchtet ist, aber nicht zu feucht, weil Staunässe ist wirklich das absolute, ja, Todesurteil für diese Pflanze. Wenn sie wirklich zu feucht wird, beziehungsweise da auch noch im schlimmsten Fall Staunässe entsteht, dann könnt ihr die Pflanze eigentlich fast direkt vergessen. Deswegen gieße ich eigentlich immer so relativ langsam in so Intervallschüben. Das heißt, ich gieße erstmal ein bisschen was drauf, so einen ganz kleinen Schluck, dann warte ich erstmal, dann gieße ich nochmal rein und zum Schluss gucke ich natürlich, wie viel unten durchgelaufen ist und wenn unten natürlich was hier in den Umtopf dann drin ist, dann schütte ich das natürlich weg, damit ich eine Staunässe hier vermeide. Das Ganze dann eigentlich einmal morgens, immer morgens gießen, sodass quasi während des warmen Tages das Ganze auch gut trocknen kann, weil ich habe da Berichte gelesen, dass wenn man halt abends gießt und dann wird es auch noch kalt und dann ist es nass, tut das der Pflanze auch keinem Gefallen. Deswegen lieber morgens gießen, dann hat man es den Tag über warm und das Ganze kann bis abends dann so ein bisschen verdunsten und morgens ist es dann wieder etwas in Anführungszeichen ausgetrocknet. Deswegen empfehle ich euch einmal pro Tag einfach morgens gießen. Nicht zu viel, sondern immer nur so schlückeweise. Beim Gießen kann man einfach noch beachten, falls ihr da Lust drauf habt. Das werde ich jetzt auch mal die Tage versuchen. Einfach mit Kamillenwasser, also ihr kocht einfach ein Kamillentier auf, lasst das Ganze abkühlen und kippt dann das Kamillenwasser beziehungsweise gießt mit Kamillenwasser. Das Ganze ist antibakteriell und hilft der Pflanze natürlich gegen Bakterien vorzugehen und ist eigentlich eine ganz schöne Sache und auch eine natürliche Sache. Die ein oder anderen Mineralstoffe stecken bestimmt auch noch im Kamillenaufguss und das könnt ihr auch mal probieren. Ich werde es auch probieren und im Internet habe ich einfach gelesen, dass damit richtig, richtig gute Erfahrungen gemacht worden sind und deswegen werde ich das jetzt auch so vielleicht alle drei Tage bei dieser Pflanze hier machen, dass ich da einfach mal ein bisschen mit Kamillenaufguss rangehe. Jetzt kommen wir auch zum nächsten wichtigen Thema. Das ist das Thema Düngen. Die Chili-Pflanze muss natürlich gedüngt werden. Da könnt ihr entweder einen Tomatendünger nehmen, den gibt es ja wahrscheinlich in jedem Bau- und Pflanzenmarkt, einen Tomatendünger einfach und dann alle 14 Tage drauf. Als Flüssigdünger wäre zu empfehlen, stand so im Internet. Oder sonst gibt es natürlich auch noch speziellen Chili-Dünger. Da könnt ihr euch vielleicht auch mal im Internet informieren. Den kann man natürlich auch nehmen, aber für Leute, die es natürlich einfach haben wollen, die nehmen dann natürlich ganz einfach den Tomatendünger. Ich setze auf eine ganz andere Art und Weise, weil ich einfach mag, wenn man das Ganze so in einem natürlichen Kreislauf hat irgendwie und deswegen nutze ich Kaffeesatz. Der Kaffeesatz hat eigentlich sehr, sehr viele Vorteile, bringt eigentlich alle Nährstoffe mit, die eine Chili-Pflanze so braucht und hat natürlich auch noch zusätzlich irgendwie einen Effekt, der auch ein bisschen antibakteriell ist und gegen manche Schädlinge einfach auch noch gut ist. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich eine runde Sache. Ich meine, ich trinke eh jeden Tag Kaffee und würde den Kaffeesatz sonst wegschmeißen und so landet er in meiner Pflanze und dann weiß ich auch, was drin ist. Und das ist bei industriell hergestellten Flüssigdünger. Klar, weiß ich auch, was drin ist, aber irgendwie habe ich immer ein besseres Gefühl, wenn das alles so aus meiner Hand kommt. Klar, man weiß auch nicht, was im Kaffeesatz drin ist. Da kann man jetzt immer gegen argumentieren, aber ich finde es eigentlich eine runde Sache. Gute Wiederverwertung. Ja, finde ich einfach super interessant. Ja, ansonsten kommen wir natürlich zu einem ganz leidigen Thema und das sind Schädlinge. Davon ist die Chili leider nicht ganz befreit. Da ist sie auch nicht ganz so einfach, denn es gibt immer wieder die Fälle von Spinnmilben oder von Blattläusen oder von der Bildung von Grauschimmeln. Da muss man wirklich aufpassen. Da muss man wirklich die Antennen auch ein bisschen darauf spezialisieren. Immer wieder mal nachgucken auf den Blättern, unter den Blättern, aber natürlich auch hier unten an der Erde auch immer wieder beobachten, was geht da so ab, bildet sich da Grauschimmel, weil zu viel Feuchtigkeit und gerade durch die trockene Zimmerluft fühlen sich Spinnmilben und Blattläusen natürlich immer wieder berufen hier dran, ja, ihr Werk zu hinterlassen. Deswegen wäre natürlich auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit in dem Raum auch sehr gut, was man natürlich einmal durch andere Pflanzen vielleicht erreichen kann oder durch einen Luftbefeuchter. Dadurch kann man das so ein bisschen bremsen und so ein bisschen ausschließen. Das heißt, es wäre dann auch noch eine Möglichkeit, wie man einfach dagegen vorgehen kann. Ansonsten, wenn man die natürlich hat, versucht man die abzuspülen oder kann auch gewisse Öle benutzen. Es gibt gewisse Öle. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Öl heißt, womit man dann solche Schädlinge auch bekämpfen kann. Ansonsten vielleicht zur Temperatur. Die Zimmertemperatur sollte hoffentlich nicht unter 15 Grad sinken. Also es wäre schon relativ gut. Gut, die Pflanze mag es natürlich auch ein bisschen wärmer. Das ist ganz klar. Wir alle wissen, dass die Chili natürlich aus wärmeren Gegenden kommt als Deutschland. Aber wenn man die normale Zimmertemperatur hält und die nicht unter 15 Grad sinkt, kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen. Jetzt ist natürlich noch wichtig, falls eure Pflanze dann so wie hier Blüten bekommt, wenn die ersten Blüten kommen, dann ist wichtig, dass man diese Pflanze auch noch bestäuben muss. Ja, dadurch, dass natürlich in der Wohnung, im Zimmer natürlich nicht viel Wind weht, wird der Pflanze natürlich das Bestäuben sehr schwer gemacht. Und deswegen geht man dann einfach hin, nimmt einen Pinsel und pinselt so ein bisschen, bis man den ersten Blütenstaub sieht daran rum. Es gibt auch manche, also da streichen sich so ein bisschen die Geister, manche flitschen auch einfach, also pitchen da so gegen, bis der Blütenstaub dann zu sehen ist. Ich werde die Weise mit dem Pinsel, mit dem habe ich gut eine Erfahrung gemacht, einfach bevorzugen. Wichtig ist hierbei, falls ihr mehrere Pflanzen habt, nehmt einfach für jede Pflanze einen eigenen Pinsel, sodass ihr das nicht durchmicht und wartet dann einfach, bis da so ein bisschen Staub fällt und dann ist der Pflanze da auch schon geholfen. Ja, ansonsten werde ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Werd hier immer wieder ein paar Updates machen, falls dann die Pflanze die ersten Früchte trägt oder falls sie auch stirbt, was ich dann falsch gemacht habe. Falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare oder sagt mal, was ihr so für Chili-Pflanzen zu Hause habt. Ansonsten sage ich einfach, bis zur nächsten Folge und ciao. Bleibt mir wirklich treu, hinterlasst vielleicht ein Abo, dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden, falls ihr irgendwas passiert. Ansonsten macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020